ja hallo und herzlich willkommen zurück zu lego star wars in der letzten folge sind wir von planeten hut gefahren weil darth vader uns entdeckt hat und ja wir mussten halt weg da jetzt sind wir auf der flucht und ich glaub wir landen jetzt im dago war system falls euch das noch was sagen auf jeden fall denke ich mal luke skywalker ist jetzt an der reihe und dann würde ich sagen los geht's sternen klarer hübschel episode 5 das imperium schlägt zurück kapitel 3 unter dem kommando des teuflischen darth vader haben die imperialen streitkräfte die rebellenbasis auf dem eisplaneten hut bezwungen nachdem er den feindlichen vorsturm mutig aufgehalten hat ist luke skywalker in seinem x-wing entkommen und während die letzten rebellen transporter den planeten verlassen nimmt so es ist in seinem rasenden falken mit dem imperialen schiffen jetzt können wir den falken gespielen stern zerstörer das wird mutig ja einer weniger noch einer weniger noch einer nein aber wie soll man hier klarkommen durch stern zerstörer hat einen weg der falker hat auch einen weg geil so da ist auch noch was hier ist aber auch noch oh da bin ich jetzt da hoch da hoch ja sehr schön hier habe ich nie geht das gibt mir den nötigen kick aber ich bin ausweichen doch mal hier oben ich bin lästig aber kann ich ja alles klar tricks ohne ende ich glaube das hackt hier haut ab so so die kleinen flitze piepen hier so kriegt man doch niemals die Bahn und hier die dann zusammen was muss ich jetzt machen achso jetzt ein meteoritenfeld da fehlt noch so eine schöne musik dazu da fehlt noch so eine schöne musik dazu woher wieder auf oder das ist ja mies so komm da ist ein minikit das will ich haben ja guck mal auf aua mal so Sehr schön, noch zwei Bob So, einmal Einmal Und Dekor So Ich bin der Rasende Falke, habt ihr noch nie von mir gehört? Ich kann fliegen ohne Ende So, wo ist jetzt die letzte Bombe? Aua Ich brauche nur noch eine Wo ist die? Ja, alles klar Mann, das wackelt aber ja ein schönes Stück So So Bei der Hitz Ne, da ist die Staten so ein Schaden Aber denken soll man nicht so viel Bei dem nicht noch ein Star Wars Spiel Ah, geil Wenn die Kitter recht Halt So Zwei Stück haben wir Och Mann, oh Das kann doch nicht sein So Zwei haben wir schon auch geschossen Zwei müssen wir noch So Ah, die Krim war doch Ja Ist ja nicht mehr schade So So Einmal Und Feuer frei Auf durch die Kraterlandschaft hier Ach, ist irgendwo ein Wehlbohnen Wo ist da ein? Okay 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 So So Eine Flotte Ah, okay Äh, da sind die Zähne Naja, das sieht man ja nicht schnell Dass da Zähne sind Ja, Minike Geil So Und schaue ich es nach Schaue ich es nach Flieh Ja Und wieder hier runter Und Hauen wir zu Ich will mal sehen Komm Mach mal zu Mann, ich muss noch mehr mitnehmen Schade Roll geht nicht nochmal zu Singflug Hui Lalalalalalalala Kann ich nur nur einen mitnehmen Oder was Das wäre doch scheiße So Die Zähne sind aber schön groß Einmal runter Wieder Oder Ja Geht noch Dank Naja Muss sein Und anders Ist ja hier nicht So Aber man kann doch mehrere dran Alles klar So Dann wollen wir mal raus So Bummen Wines Oh Bummen Wines Wines Ja weiter gehts. So alles kaputt. Alle Schnetzeln hier. Ja super noch ein Minikip bekommen. So läuft es. Alter ich hab nur noch ein Herz. Das geht doch nicht. Nein. Das geht doch nicht. Haut ab hier. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Alter das gibt es nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja. Ah toll. Ich hasse diese Sternen zum Stürme. die kaltkarte sterben diese TIE Fighters wenn hier nicht jemanden auf den Sack geht dann gehen wir da oben und da noch ein alles ich verbrauche und so ran hier die müssen geballern Alter ich muss hier aber auch echt hin und her fliegen damit ich nicht erwischt werde tut mir leid aber da muss der jetzt durch ich werde hier richtig aggressiv Alter Alter ach man oh es sind da nur noch 2 glaube ich oder 3 Alter allermössens 3 ja ja nein den haben wir auch noch zerlegt du wärst noch ran du wärst noch ran so so jetzt aber so 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 du wärst noch tschau und weg tschau und weg Jango jango fett so Level abgeschlossen sehr schön leider 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 haben wir ja nicht den wahren Helden äh wahren Jedi das ist ein bisschen zu wenig steine haben wir ein paar gesammelt aber reicht nun mal nicht aus ne so was haben wir denn da eigentlich für ein Vieh so immerhin ein Lego Baustein ne so und das war's auch schon wieder mit dieser Folge vielen Dank fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns bald wieder wenn es heißt Lego Star Wars bis dann tschau